meine elf color os 11 haupt dingsbummens hauptfunktion heute möchte ich mit euch die hauptfunktion von color os 11 meine favorites zeigen es sind ihren elf stück oder zwölf werden wir noch genau sehen die mir am besten gefallen und die mich oder die für mich das system so interessant machen neue möglichkeiten einfache möglichkeiten und bitte nimmt mir nicht krumm wenn es die ein oder andere funktion vielleicht schon in einem vorderen color os gegeben hat ich habe da eine kleine lücke seit dem letzten update videos sind wie gesagt oben und unten verlinkt ich habe euch ja vor ein jahr schon mal oder vor zwei jahren color os 6 und dann color os 7 gezeigt wie gesagt eine kleine lücke besteht aber jetzt ab zum video zuallererst schauen uns mal die einstellungen an hier der eine oder andere hersteller hat das auch so umgesetzt was mir gefällt ist dass hier die kleinen icons mit vorne dran gemacht haben zu beginn hatte ich ein bisschen mühe mittlerweile mag ich aber weil ich hier sehe gleich anhand den icons was das genau soll und was ich darunter finde das ist wie gesagt einfach ein bisschen schöner um umgestaltet in den einstellungen könnt ihr auch festlegen was passiert wenn ihr runter zieht zum einen könnt ihr egal von wo runter ziehen die suche wie ich sitz hier installiert habe unterziehen es lässt sich aber im system auch so definieren dass egal woher ihr runter zieht nicht die suche kommt sondern hier eben die notification bar quasi also da wo die benachrichtigungen drin sind das lässt sich im system so einstellen dass ihr das so haben könnt wie ihr möchtet dann gefällt mir vor allem auch das mit den personalisierungen hier in den einstellungen findet ihr einen punkt der dann da wäre personalisierungen und da hat sich sehr sehr vieles getan zu meinen habt ihr hier verschiedene themes die ihr wand anwenden könnt ihr könnt auch mit den hintergrund bildern arbeiten eigene fotos nehmen die von euch sind statische hintergrund bilder oder live hintergrund bilder kennt man irgendwo her schön dass das opo auch hat weil es gibt ein bisschen bewegung auch dezent mehr strom aber es schaut einfach schick aus wenn sich da ein bisschen was bewegt und alles ein bisschen lebendiger wird damit das ist so viel zu den hintergrund bildern dann habt ihr die möglichkeit die symbole anzupassen da gehe ich mal mal schauen ob ich das nochmals vom zweiten screen nee ich habe zu wenig apps machen es doch einfach und nehmen uns ich habe da mal was vorbereitet wie man so schön sagt sei es zuerst in die einstellungen wo haben wir es jetzt hier wieder personalisierungen genau symbole hier drin könnt ihr zum einen die den material style wählen was für den style das ihr möchtet eben den von google vorgegeben ihr könnt alles als kreise darstellen lassen ich könnte es auch ein bisschen näher nehmen hier oder ihr könnt benutzerdefiniert rumgehen und dann den symbolen nicht nur ein eckigen oder runden touch geben sondern hier die ecken abgeschnitten oder zwei ecken rechts und links also rechts oben links unten abgerundet alles abgerundet ihr könnt hier ein bisschen im vordergrund rum schwurbeln das icon generell verkleinern wenn euch die ganzen icons zu groß sind dann könnt ihr das deutlich kleiner schrauben und ihr könnt auch beim app namen die wörter die darunter stehen also der name der app ein bisschen grösser einstellen das macht je nach dem sinn wenn man ein bisschen älter wird und bisschen mehr mühe hat mit dem sehen aber ich gehe jetzt hier wieder zurücksetzen und lasse es so wie vom system vorgesehen kann ich auch wieder zurück auf smartphone gehen hier in die personalisierungen dann habt ihr die möglichkeit am app layout zu arbeiten hier habe ich zwei vier also fünf auf ein bisschen mehr als 566 spalten fünf spalten sechs reihen und das könnt ihr hier hochschrauben oder unterschrauben so wie ihr sie mögt eben auch grösse machen wenn eure augen nicht mehr ganz so gut sind und ihr dann vielleicht ein bisschen näher dran möchte aber das will ich eigentlich nicht machen weil manchmal gehen dann die apps nicht mehr so zurück wie sie vorher waren und das möchte ich hier verhindern dann gibt es die möglichkeit und das finde ich ganz schick wenn man sich einloggt zum einen ich hoffe ihr seht das hier oben um die kamera herum geht so ein kleines bewegt bewegt sich so ein kleines so eine kleine animation dass die eine animation die zweite animation und jetzt muss ich fast vielleicht ein dunkleres hintergrundbild nehmen ist wenn man auf den fingerabdruck sensor drückt was hier passiert wir sehen könnt das hat ein bisschen ein sprenkel effekt jetzt sieht man es besser genau so und das kann man individualisieren eine totale spielerei aber ich finde das echt cool wenn man da ein bisschen einfach um spielen kann das finde ich zum beispiel heißt zum das relativ einfach in kringel also ihr seht es gibt da einiges was man machen kann auch das ganz schick gleich mal ausprobieren geht zu schnell aber ich hoffe ihr habt euch ein bisschen ansehen können also das gefällt mir dann haben wir die möglichkeit an den farben rumzuschrauben aus den standardfarben dann habt ihr die möglichkeit an der schrift ein bisschen rum zu experimentieren verschiedene schriften verschiedene grössen ihr könnt das benachrichtigungs fach anpassen auch hier wieder weg von rund auf eckig auf abgerundet etc so wie es dann halt euch gefällt was ganz 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 heiß ist ist die randbeleuchtung so schaut euer smartphone aus wenn im message rein kommt von unten farbig obendurch sammelt sich das ganze wieder und ich muss schauen ob ich das video noch habt dann werde ich hier kurz einblenden das schaut dann wirklich todschick aus also mir gefällt sowas obwohl ich eigentlich kein fan von so benachrichtigungsleuchten bin dann kommen wir zum always on display die immer ein anzeige super übersetzt opo da könnten hier vielleicht mal nachbessern da habt ihr die möglichkeit zum einen das ganze mit text zu versehen datum akustatus und so paar icons mit notifications oder ihr könnt das mit so lustigen benutzerdefinierten rasten die zeige ich euch gleich noch wie gesagt texte oder mit bildern versehen oder auch analoge respektive ups bin ich rausgeflogen oder auch digitale uhren so haben wir sie hier auch digitale uhren unterschiedliche und dann solche einblenden was mir halt sehr gut gefällt ist die möglichkeit aber dazu gehen wir oben aufs plus dann hat man die möglichkeit auszuwählen text und bild nur text oder eben benutzerdefiniertes raster das zeigt euch die app auch schon an dass ihr da ein bisschen rumzeichen sollt zuerst nehme ich mal eine farbe man kann auch ein pinsel wählen oder eine form und wenn man dann das ganze hier ein bisschen ausfüllt kann man richtig kreativ werden oder eben dann mal abbrechen nochmals neu machen voila und jetzt habt ihr mich verloren hier jetzt habe ich den pinsel ausgewählt genau so rum dann kann man ein bisschen ja man man kann rumspielen es macht spass auf jeden fall und das kommt dann auf den always on screen jetzt hier nicht aktiviert ansonsten hätte man das sehen können gleich mal weiter anwenden zack und jetzt wenn ich das telefon anmache oder eben nicht anmache ist dann always on voila schon passiert hier das 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 gezeichnete von vorher und dann habe ich so konfiguriert dass ich die zeit das datum den akkustand und die apps die mir eine benachrichtigung geschickt haben hier angezeigt habe und genau das lässt sich ja noch definieren dann kommen wir zum dark mode ich bin nicht unbedingt der fan dieses dark mode weil mir diese dark mode immer zu dark ist also zu dunkel personalisieren anzeigen und helligkeiten genau in anzeige und helligkeiten reingehen dann auf den dunkelmodus umstellen und das damit habe ich ein problem das ist mir zu dunkel und dafür gibt es die dunkel modus einstellungen draufklicken und dann habt ihr den verbesserten das ist eben das ganz dunkle dann ganz schwarze oder das mittel hell oder das sanft und das ist schon was was mir ein bisschen besser gefällt das ist nicht ganz so schwarz nicht ganz so heftig und dann passt es auch mehr mit apps und webseiten zusammen die nicht ganz so ja angepasst sind dann dark mode die möglichkeiten auch hier lässt sich noch weiteres einstellen das am besten mal selber durchlesen der nächste punkt klingt banal ist aber praktisch ein system der taschenrechner ja habt richtig gehört der taschenrechner der versteckt noch ein bisschen mehr als nur einfach plus mal minus geteilt durch et cetera prozente rechnen das geht hier ganz einfach ihr könnt oben links wenn ihr internet habt auf devisen kurse gehen und dann zum beispiel us dollar mit schweizer franken wechseln also nicht physisch sondern einfach umrechnen dass ihr weiss wisst wo aktuell der stand ist einmal kurz runterziehen und er holt sich neuesten daten runter und ihr habt hier noch viel mehr einheiten umrechnen ihr könnt dauer berechnen bereichs berechnung volumen berechnung geschwindigkeit gewicht temperatur leistungen und druck berechnungen herrschen großer druck deshalb muss ich hier jetzt weitermachen also wie gesagt die taschenrechner app wirklich eine empfehlung wenn man da gewisse dinge drin machen muss dann auch sehr sehr praktisch auch vorinstalliert von opo selber ist der telefonmanager zum einen und jetzt rattert da gleich mal scan durch wenn da eine 100 kommt ist gut auch 95 98 ist gut sobald ihr da andere geschichten habt dann könnt ihr nachschauen und das system verbessern gehen ein bisschen wie sagt man so schön wischiwaschi oder auch kleine cashes die da ausgeleert werden kann man machen muss man nicht was ich euch zeigen wollte ist der zahlungsschutz ihr könnt ihr schauen dass die apps die ihr nutzt für finanzen vielleicht ein bisschen besser geschützt sind aber in den app anwendungen könnt ihr hier einzelne apps anschauen und den berechtigungen und benachrichtigungseinstellungen hier verwalten alles sehr sehr praktisch und einfach und zu guter letzt könnt ihr noch eine etwa drei vier minütige diagnose durchlaufen lassen die test dann alles an eurem gerät die ganzen sensoren die kameras etc und sagt euch falls da irgendetwas nicht mehr ganz in ordnung ist bevor da zum support rennt was ich aber euch zeigen wollte ist hier in den datenschutzerlaubnissen hier könnt ihr den erlaubnis verwalter auch das ist sehr lustig übersetzt und da lohnt es sich von zeit zu zeit reingehen weil bei gewissen updates gewisse apps einfach ganz frech berechtigungen nachjustieren die man nicht haben möchte denn man möchte vielleicht nicht dass jede app auf die kamera aufs mikrofon oder auf eure sms zugreifen darf wer darf das google google mein opo message suche telefon da macht das ganze ja noch sinn aber eben zum beispiel bei den mikrofonen 9 von 46 apps haben zugriff die unteren sind abgelehnt hier kann nicht festlegen sagen was instagram kamera mikrofon nie jedes mal fragen oder ablehnen also wenn schon denn schon jedes mal fragen das geht ja gar nicht dass der zuckerberg zuhört und ihr könnt die auto start apps unterdrücken zum beispiel den google my business app die muss nicht von anfang an starten und gleich redesign das gleiche gilt für skype das ist die langsam durch mit diesem skype und das wie gesagt ist unter den datenschutz berechtigungen drin dann gehen wir weiter noch zwei dinge mit der ordner verwaltung und da auch hier habe ich wieder was vorbereitet auf dem reno 6 video kommt nexons online entsperren was ich cool finde wenn ich hier ganz viele und das ist eine negativ kritik wenn ich ein smartphone von einem anderen smartphone herstelle und hier alles schön in ordner drin habe so kommen schon hier alles schön mit ordner gestaltet habe et cetera dann stelle ich das gerät neu her aus dem alten telefon und dann habe ich alle apps so das geht nicht da muss ob noch ein bisschen und auch andere android hersteller bei ios kopieren wenn ich da nämlich etwas als ein backup wieder herstellt oder von einem anderen telefon herstellt dann kommt das eins zu eins und das möchte ich auch so haben aber eine funktion die ios mir nicht bietet aber hier mit color os 11 gekommen ist ist ich habe hier zwei ordner da habe ich 50 apps drin und da zehn oder auch weniger oder mehr keine ahnung und die gehören eigentlich zusammen weil beides irgendwie keine ahnung spiele apps sind dann kann ich relativ einfach den ordner packen auf den anderen ziehen und zack sind die drin ha 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 ios bitte kopieren das will ich auch da haben zu guter letzt gibt es noch die möglichkeit mit dem app drawer generell gilt es ja für die bedienung jetzt muss ich mal kurz schauen ist es unter personalisierung nee das haben wir wo waren das praktische tools die navigation das kann man entweder wie man es früher her kannte von den ganzen android geschichten mit diesem pfeil und dem home button dem physischen oder nicht physischen und geschichten oder man macht es auf ios manier seit sie den home button weggelassen haben mit eben seitlich ziehen und dass man dann zurückkommt oder wieder in die andere richtung wechseln kann und oder auch von einer app in die nächste wechseln kann oder auch das wechseln von einer app in die nächste geht über diesen kleinen balken unten durch so könnt ihr von einer app in die nächste wechseln sehr sehr praktisch wie gesagt wurde auch übernommen aber sehr 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 praktisch wie ich finde das gleiche ist wenn ihr eine app offen habt und zum nächsten wechseln wollt einfach hochziehen der app drawer und hier ganz cool gelöst unten ich muss nicht mal oben switchen obwohl mit diesem super geil schnell refreshenden display macht das nicht mal so viel aus aber wenn es ganz schnell gehen muss kann ich auch nur unten über die icons von den oder zwischen den einzelnen apps rum switchen und das macht richtig spass obwohl man am anfang richtig üben muss bis man das draussen hat dass das hier auf geht andere geschichte und jetzt nach so viel aufregung so viel freude beruhigen wir uns noch ein bisschen eine app die es forschung gab auf den opo smartphones ist o relax und die hat sich noch ein bisschen überarbeitet und verbessert ihr habt hier genau gleich mal pause machen ihr habt ihr drei möglichkeiten ihr könnt zuhören entspannen oder erkunden beim zuhören habt ihr verschiedene möglichkeiten zum einen könnt ihr hier starken wind donner bach und so weiter verschiedenen geschichten horchen und einfach entspannen relaxen irgendeine yoga übung machen oder halt einfach mal da sitzen und nichts tun das könnt ihr euch hier zusammenstellen aus natur leben städte und asmr geschichten und andere sehr sehr cool und praktisch wie gesagt zum bisschen entspannen definitiv nicht das verkehrte noch mehr entspannen geht über die entspannen über den entspannen bereich und da habt ihr zum beispiel die bubbles als kind hat man schon gerne die ganzen bubbles kaputt gedrückt macht auch in digital ganz viel spaß so und beim erkunden da habt ihr die möglichkeit guter tipp wenn es wieder mal lockdown geben sollte und ihr die stadt draussen vermisst ihr könnt nach peking nach shenzhen nach bangkok nach tokyo nach reikia wick und einfach mal hören wie es da so klingt den tagtour oder in der nacht wenn es dann startet lädt das noch jetzt passiert nichts mehr ja jetzt hat es geladen also hier sieht man wo man durchgeht wunderbar wenn das nicht entspannend ist kann man machen vielleicht ein bisschen eine beliebtere gegend shenzhen da der ladekreis das wenn man natürlich vorher mit dem telefonmanager das telefon reinigt dann werden natürlich solche daten rausgelöscht und dann muss man es erst wieder runterladen dann dauert das halt ein bisschen aber es dürfte ein bisschen schneller gehen wir sind hier im 5g netz so klingt sind schätzen und damit wir hier keine probleme bekommen gehe ich jetzt am besten wieder raus das waren sie so meine highlights und wir vielleicht hier hört das ganze läuft weiter wenn man die app nicht komplett beendet gleich mal schauen das ist natürlich praktisch auch man kann es sperren und dann läuft es dennoch weiter übrigens video zum opo reno 6 und auch zum find x 3 pro find x 3 pro genau hier im kanal zu finden je nachdem wenn ihr rein schaut hier ins video sind die schon online zwei coole telefone für unterschiedlichen preis point beides sehr sehr interessant anschauen ich hoffe ihr habt ein bisschen was mitnehmen können wenn ihr weitere funktionen habt schreibt mir bitte unten in die kommentare rein lasst mich über social media oder per mail wissen es würde mich wunder nehmen was eure favorites sind dabei und falls ihr noch weitere habt auch das gerne lasst mir zukommen und dann bin ich natürlich gespannt wie color os 12 wird und hoffe dass ich bald mal eine beta davon bekomme und vielleicht noch einen kleinen tipp für all die in die gerne gamen hier gibt es die app game space vorinstalliert von opo mit der könnt ihr eure ganzen games da deponieren dann habt ihr sie nicht irgendwo wild auf dem homescreen rumlangen macht vor allem dann sind wenn ihr ein business mensch seid und ein bisschen autorität und eben kein spiel junge oder mädchen ausblenden möchtet oder ausstrahlen möchtet dann kann man das so zum einen verstecken aber man hat darin auch die möglichkeiten um gewisse funktionen auszuschalten dass wenn man am gamen ist dass keine notifications stören keine anrufe und so weiter das lässt sich einfach darüber verwalten und auch nutzen und die netzwerk topografie lässt sich ein bisschen optimieren die geschwindigkeit und generell alles ein bisschen runterstufen dass das smartphone gut fürs gamen gewappnet ist das waren meine punkte wenn ihr solche videos mögt gerne abonnieren ich würde mich freuen daumen hoch und wie gesagt wenn ihr fragen habt unten rein bis zum nächsten gadget euer pocket tschüss tschüss